ja da bräuchten wir noch eine einheitenart kostenlose einheit bringt uns nichts graben könnten wir räume bauen verschiedene räume bauen das wird uns auf jeden fall einen punkt bringen aber leider nur einen die danche stufe erhöhen naja gut wir müssen dürfen jetzt erst mal genug materialien haben wir müssen matri pc materialien umwandeln sehr schön punkt für materialien gekriegt unter filters hier runter dass wir über 50 materialien haben so eine werkstatt ist nicht so wichtig werden übungsraum erst einmal den könnten wir nah dran bauen den sollten wirklich hierhin bauen deswegen schlage ich mal vor ihr gehabt hier lang baut dann den übungsraum wo bauen wir den übungsraum hin nee kommt noch etwas länger dann können wir den übungsraum glaube ich da unten dran sitzen ja so sieht das ganze schon besser aus können wir uns noch zusätzlich punkte holen mit dem wir hier rein graben wenn wir noch hier um die ecke aber das wäre übertrieben glaube ich so wir müssen gucken dass wir da rein haben irgendwie jetzt schicken wir erst einmal die beiden trupps zum trainieren ach so die graben von der seite gut die schmiede können wir theoretisch etwas abseits bauen sagen wir hierhin aber dafür erst einmal den meisterbauer erforschen so dadurch sparen wir ja 13 materialien ist durch wie ist nicht wenig so ihr levelt auf ihr habt noch nicht aufgelevelt ihr seid trupp zwei ihr geht bitte trainieren jetzt hätten wir vielleicht die albino kiste öffnen können naja so wir brauchen erst einmal mehr materialien das wird nicht reichen und das naja ok wir können uns mal leisten so dann können wir hier schon mal die werkstatt bauen werkstatt ist hier drüben ja so ein bisschen abseits der werkstatt reizimmern dann würde ich fast schon als nächstes den recken freischalten werde ich suche gucke wo das die spelunke sein soll ach hier oben du wirst die spelunke sein so wie graben wir da am besten hin ohne irgendwie den gang frei zu machen einfach so würde ich mal sagen von daraus können wir dann darum graben und könnten ebenso gut von hier oben aus dann in den waffengang einfallen ja das ist ja auch eine gute idee wo sind meine beiden trupps jetzt habe ich aus versehen die berserker da mit ausgewählt so schick mal trupp 1 trupp 2 und weiter oben hin gut wurde ich mir als nächstes den recken oder als nächstes besitze ich erstmal das ding hier jetzt könnte ich theoretisch fallen wenn ich die nötigen materialien hätte ich habe nur bodenfallen im augenblick deshalb so wild wir holen uns jetzt erst einmal da drüben die spelunke das kostet mir natürlich wieder ein imp mir sind jetzt keine helden nur ein paar kobolder so kobolder lassen leider keine materialien fallen das heißt ich muss mal peter ein trupp materialien besorgt schicken schicke ich einfach mal trupp 2 los so werde ich darauf hoffe dass das ding repariert wird so noch ein arbeiter zur hilfe ich glaube einen kerker zu bauen rentiert sich in dieser mission fast schon gar nicht höchstens man will dass ein kerker gebaut wird wie geil ist das denn was soll das sein waren das brennende hütchen die da einfach gestorben sind das gleiche rufen in schamanen und das war es auch schon okay ja das sind irgendwelche hütchen die hier losgeschickt werden okay jetzt muss ich mal ganz kurz gucken die spielunke was macht die eigentlich tolles müsste hier irgendwo sein ermöglicht ihr warmtüte einheiten zu sein trommens dazu zu beschwören du kannst bis zu fünf arbeiter zu den spiel schicken die die punkte einbringen für die du wiederum eine kostenlose teufel einheit erhält ja habe ich noch einen freien arbeiter irgendwo sind eigentlich fast nicht so aus sieht so aus als hätte ich nur noch einen kann ja mal die räume kurz durchzählen schmied 1 2 3 4 5 ja doch ich müsste genau wenn ich euch beide hier oben hin schicke was ist das für eine anzeige hier habe ich auch noch nie gesehen es ist eine stelle auszuweilen leistet sie nicht so aus okay ich kann jetzt aber endlich fallen platzieren fange ich mal drei stück hier hin so wenn helden nämlich jetzt kommen haben sie erst einmal in die säure fallen hier so dann mal den recken erforschen und als nächstes die schnelle auffassungsgabe würde ich mal sagen dass die sachen hier noch billiger werden einheiten beschwören könnte ich mal in einen recken beschwören wissen du einrecke so wieder ein punkt für mich und dann würde ich sagen graben wir einfach mal also die sind hier als alle beschäftigt damit gucken wir mal was macht so ein schamade denn wenn wir den beschwören also erstmal sieht da aus wie so eine art untoter wollte ich mal drauf tippen so du kommst auch hier hin und dann wird hier mal nach süden gekraben gut schnelle auffassungsgabe ist auch gut neue kostenlose einheit ach die produzieren hier kostenlos solche einheiten wie werde ich kriege ich euch da wieder raus die betreiben hier nämlich alle glücksspiel gerade das kann ich auch nicht gebrauchen so ich habe jetzt gerade den raum deaktiviert das sollte ich rückgängig machen so dann rufe ich mal trupp 1 und trupp 2 wieder hier auf dem plan und ball und dann kümmern wir uns um die jungs hier so hat geklappt wer ist diesmal ach wie der teuer wir sind nur halb so gefährlich wie das krummeln die komische als dino ratte die wir gerade eben hatten so rufen wir mal unsere trupps wieder hier zusammen und ihr könnt eigentlich hinter die fallen stationiert werden so die essen mal fleißig wo ich könnte die ganze kompanie mal ja also erstmal könnte ich hier noch einen durchbruch machen hier dürfte gehen so trupp 1 könnte mir schätze besorgen ich brauche ja nämlich ich habe 25 schätze und für den nächsten trupp brauche ich 50 schätze ja genau dahin bitte oh ein zwerg gold so und dann nach hause bitte das geld können wir nämlich für einen dritten squad gebrauchen den dann trainieren schicken und dann überfallen wir die schmiede hier äh materialien so ich würde am liebsten gerne als nächstes frieden und beute freischalten damit ich schneller an rohstoffe komme damit ich schneller an rohstoffe komme so ich habe 50 gold das reicht für das nächste squad dort packe ich mal den recken rein zwei berserker und einen von denen und schick sie auch gleich mal trainieren so das kann ich mich dann wirklich hier durchgraben am besten hier oben durch dann komme ich nämlich direkt in die werkstatt kann die beiden ingenieure vermöbeln deswegen gebe ich gleich mal hier den weg bis dorthin im auftrag und schnappe mir meine drei truppen und bar das mache ich am besten so ach wisst ihr was das eine mal porte ich euch alle so armee ist bereit hier ist noch ein berserker übrig der nichts zu tun hat dann kannst du auch mal trainieren gehen sicher ist sicher dann kannst du auch